Komisch, dass meine Technik hier einwandfrei, überall, alles, zu 100% funktioniert. Uh. Muss ich das lesen? Wäre gut, ne? Ja, aber du läufst mir ja weg. Uh, was ist das denn hier? Das sag ich doch. Ich sag ja, wir haben alles schon durchdacht und gesehen. Alles. Alles. Wir haben wirklich alles schon gefunden. Soll ich den Hinweis auch aufnehmen? Ich mal die Bar. Ja, die Glühbirne hier, die mal ich mal die Bar. Errungenschaften freigeschaltet, ohne Ende. Einmal Glühbirne. So, soll ich mal eben lesen? Ja, ja, und dann... Es ist geschafft, wir sind durch. Vater hat einen neuen Liebling, wir können das nicht zulassen. Vater muss eine Entscheidung treffen. Ich weiß, dass ich es nicht sein werde. Ich habe genug getan. Nicht genug Bote für uns alle. Tut mir leid. Die Schulden waren unruhig. Wir müssen bestraft werden, wenn wir uns ausruhen wollen. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben... Du möchtest bestraft werden? Du möchtest bestraft werden. So, geht es wieder zurück? Ja, wenn du den Weg findest, dann... Show me your Weg. Show me your Weg. Sag mal, Gorilla, wo wir gerade so eng zusammensitzen. Wie läuft eigentlich dein Englischkurs? Not really good. What? Not really good? Ja, ja. Not really good. Not really good. Okay. Also, mein Gefühl sagt mir, dass wir hier irgendwie her müssen. Ich weiß es aber nicht. Also, wir müssen einfach da hin, wo wir gerade schon waren. Ich muss dieses Jump and Run nochmal machen. Das mache ich jetzt auch ohne dir irgendwas zu geben, weil genau dann sterbe ich natürlich auch. Ist ja klar. Ja, du könntest mir gleich Mangos geben. Ja, die Krass ist jetzt auch von mir. Ja, lass uns aber erstmal ankommen. Nee, nee, lass uns erstmal ankommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir gehen gerade hoch. Das ist auch nicht so geil. Ich brauche sie echt. Ich verdurste gerade. Unglaublich. Dieser Dreckskörper. Is. Is. Ist auch wieder unvorbereitet hier, ne? Ja, ich weiß ja auch nicht, warum das immer alles so lange mit dir dauert. Du bist aber auch null vorbereitet. War das hier? Habst du das Gefühl, wir stürzen gleich wieder ab? Ich will nicht. Auch nicht? Eigentlich sieht es gut aus, aber... Ja, nee. Mein Gefühl sagt mir, das ist total scheiße. Was sind wir denn hier? Ich wollte abkürzen, weißt du? Abkürzen ist immer falsch. Wer ist denn bei den Schildern gefolgt? Ist der gerade wieder zurück? Kannst du mir mal... Nee, hier runter. Komm. Fuck. My. Life. Das ist definitiv falsch hier. Na toll. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ach Hase, ich bin einfach den Berg runter. Hier, hier, hier. Ja, ja. Wuhu. Du musst aber auch mal mit den Augen auf mir bleiben, weißt du? Schön immer auf dem Popo bleiben. Wesser ist das. Wo sind wir denn hier? Ja, weißt du, hier waren wir noch nicht. Da wollte ich nochmal hin mit dir. Ja, wir... Also ich brauche gleich auch nochmal eins. Bär. Bär. Wenn das weitergeht. Ja, den kriegen wir. Ein Bär ist ja... Ja, mein Pfeilbogen-Dingsgedöns ist bald kaputt. Der ist schon tiefrot. Bohren. Ja, ja. Hier. Der kommt! Ey. Denkst du eigentlich, wer du bist? Oh, ist übrigens kaputt. Sack. Ich versuche, dem immer in den Arsch zu schießen, weißt du? Schön an den Bürzeln. Das macht mir Schaden. Vielleicht bleibt der Pfeil dann auch in dem Bären, weißt du? Das auch. Klar. Ja, leck mich am Arsch. Wie kann man denn so schlecht orientiert sein? Was ist denn heute wieder los hier? Mit dir? Ich habe mich hier gerade super, aber mal wirklich super orientiert. Ja, das erste Mal in deinem Leben, ne? So. Hier muss da irgendwo ein Schild sein. Ja, komm, wir gehen hier. Komm, wir rennen. Okay. Denk nur dran, dass ich auch gleich was brauche. Ich hätte noch eine Mango für dich, wenn dir das hilft. Echt? Dass du so mitdenkst. Danke. Bitte. Hast du viele Mangos dabei? 13, glaube ich. Ah, cool. Krass. Ich habe nämlich keine dabei. Ja, echt? Das ist ja echt ein cleverer Schachzug von dir. Ich weiß. Die Mangos mitzunehmen. Nö, die habe ich leider nicht dabei. Hm. Scharf genug, um die Vegetation zu zählen. Weißt du, was mich völlig irritiert hat? Was denn? Dieses Schild hier. Gut. Das heißt, du weißt immer noch nicht, wo lang? Oder jetzt weißt du das? Doch, wir gehen in Richtung Ranger-Station. Mhm. Okay. Wenn es er jetzt weiß, dann ist alles gut. Bär. 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 Ich komme. Viele Bären. Suchst du eigentlich nur nach Bären? Oder was ist deine Mission hier? Au. So. Oh, dumme Sau. Ach nee, Bär. Dummer Bär. Der hat mich getroffen. Ja, Sack. Bär. So, jetzt gehst du hier hoch. Weißt du, wir waren doch... Du kannst mir doch nicht erzählen, dass wir nicht gerade nicht richtig waren. Wir sind hier hochgegangen. Doch, doch. Doch, doch. Nee, hier können wir nicht hochgegangen sein. Weil wenn wir hier hochgegangen wären, dann hätte ich sofort gesagt, und hier ist das Giftige zu unserer Linken. Bitte sehr. Du siehst, wir waren sowas von auf dem Weg. Affe, nicht sterben. Ein, zwei Mangos. Am besten zwei. Ich kann dir auch drei geben. Komm hier. Danke. Lass dir schmecken. Danke. Nicht, dass ich das jetzt auf dem Weg dahin irgendwie, ne? Das wäre natürlich der Klassiker. Hüpf, hüpf. Du hast ja Zeit. Oh, du hast aber gerade mit den Füßen im Wasser gestanden. Das habe ich aber gesehen. Wie gesagt, du musst es ja nicht übertreiben. Wir haben es nicht eilig. Weißt du? Wenn wir schon während der... Doch gehen ja den ja unter. Ja, aber nicht alle. Und weißt du, wenn wir schon während unserer Videoaufnahme fremde Videos gucken können, ne? Dann ist doch alles super. Klar, wir würden alles können. Ich könnte in der Zwischenzeit auch eine Nachricht vom Niklas reinhören. Ja, macht alles hier. Ist scheißegal. Ist letztlich. Errungenschaft. Fix Erol. Fix Erol. Ja, Erol geht es wieder gut. Sehr gut. Und hier ist nichts passiert. Wir haben nur eine Errungenschaft. Komme ich mal wieder zurück. Außenrum natürlich wieder. Ja. Welchen Außenrum nimmst du denn? Links oder Rechtsaußenrum? Von mir aus links. Von dir aus dementsprechend Rechtsaußenrum. Also nicht da, wo du vorhin hergegangen bist, ja? Doch, doch. Das ist ja von mir aus links. Von dir aus rechts, wenn du da drauf guckst. Was? Was? Da, wo du vorhin den Bären angeschleppt hast? Fussel. Du guckst auf dieses Hindernis, auf diesen Parcours und läufst dann da rechts rum. Alter, gleich hau ich dir das Ding in den Rücken. Du bist doch beim letzten Mal hierher gekommen. Mit den Bären im Schlepptau. Da bist du doch ganz anders gelaufen. Ich frage, wie beim letzten Mal, ja? Da bin ich mir einfach um die Map geflogen. Ja, geflogen. Haben wir alles? Sollen wir jetzt an Bord gehen? Jetzt an Bord. Na komm. Heute geht es an Bord. Jetzt segeln wir fort. Lustig. Heute ist heute. Ja, wir haben die Errungenschaft auch nochmal eben geholt. Ja, dann haben wir auch alles, ne? Das sieht gut aus hier. Jetzt haben wir ja alles, ja. Wer bereitet eigentlich die nächste Insel mal vor, dass der alle Secrets schon kennt? Wobei das eigentlich auch blöd ist, ne? Weil dann findest du nicht. Ja, also alles jetzt zu kennen ist kacke. Ich find's gut, wenn wir irgendwie alles versuchen. Und falls dann irgendwas nicht funktioniert, dann kann man gucken. Du bist noch hinter mir, ja? Du weißt, du kennst den Weg noch? Ich kenn den Weg nicht, aber ich bin hinter dir zum Glück. Gut. So, dann wollen wir jetzt Bruce mal töten, weißt du? Bruce ruht. Läufst du irgendwie 20 Mal schneller als ich? Ja, ich hab Beeren gegessen. So, komm. Hast du irgendwie einen Bruce? Ja. Einen Bruce hab ich. Einen Bruce Bruce? Hui. Du schwimmst sogar schneller als ich laufe. Was ist denn hier los? Ja, hör mal. Super Pursuit Mode, mein Freund. Super Pursuit Mode. Ich hab einen Eidrider gesehen. Ist der hier schnell unterwegs? Schwimm ich in dir. So, hast du davon. Wie du schwimmst in mir? Kurz über dich gerannt. Uh. Dann bin ich auch mal schnell. Du, übrigens, wird dunkel, ne? Ja, klar. Logisch. Ein total grisseliges Bild. Boah, ich hab das Gefühl, dass Bruce mich jetzt gleich in den Poppes beißt. Also, ich seh nix. Na dann, dann passiert auch nix. Oder er ist halt wirklich bei mir. Nee, er kommt jetzt von unten. Boah, ich muss direkt mal hier dringend auffüllen. Aber dringend, hör mal. Wer hat denn da schon wieder Wasser rausgenommen, ohne es aufzufüllen? Ja, ich, weil ich ja logischerweise, wenn ich zwei Flaschen aufmache, einen, ne? Weiß ja. Der hat aber auch kein Wort gesagt, weißt du? Was ein widerlicher Affe. Zum Glück haben wir eine Aufnahme, wo wir das ja nochmal prüfen können, ob ich was gesagt habe oder nicht. Weiß ja, er hätte so gut sagen können. Jetzt wird's ja leise. Wir haben eine Aufnahme. Ach, wir nehmen auf. Sag das doch. Ja. Du, ich leg mal die Mangos weg, ja? Ja, mach das. Oh, 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 oh. Attacke, 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 Attacke. Wo ist er? Hier, Essen. So, Penner. Ja. Mann, ey. Mach dich platt. So. Ja, ne? Ist ein widerlicher Wellensittich. Hasse ich ihn. Nee, was, hasse ich ihn. Ich brate mal sechs Steaks, ja? Ja, mach das mal. Ich repariere jetzt gleich, muss aber mal eben ein paar Sachen hier weglegen. So. Was mich ja interessieren würde, kann man hier Dinge reparieren? Ja, stimmt. Das würde mich jetzt interessieren. Wo hatten wir denn das Leder hingelegt? Oh, wir haben nämlich nochmal 32 Leder bekommen. Cool, oder? Ey, das ist wirklich cool. Mann, 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 das ist eine ordentliche Anzahl. Ja. Können wir nicht meckern, finde ich. Okay. Kochst du schon wieder was? Sorry, wie bitte? Kochst du schon wieder was? Ja, natürlich, klar. So. Damit wir vielleicht was haben. Für den Fall der Fälle, weißt du doch. Ach, das war noch gar nicht fertig, ey? Nee, 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 nee. Es war halt noch ein Gericht drin, das man rausnehmen musste. Da du schon wieder vorgerannt bist, konntest du das Gericht halt nicht nehmen. Musste ich das jetzt für dich essen? Ja, naja, das kenne ich. Ich finde das immer dankenswert, dass du sowas für mich isst, weißt du? Och, nochmal. Wo auch immer es ist, Plastik. Plastik, wo bist du? Da habe ich. Da kann ich jetzt auch reparieren. Wir müssen dringend Steine sammeln. Wir haben kaum noch Steine. Ist das so? Nein. Aber Dreck haben wir, 33. Sehr gut. Glas? Einmal ein bisschen sortieren, weißt du? Naja, du sortierst aus. Ich repariere gerade wieder das Schiffchen. Sehr gut. Damit wir auch in Ruhe weitersegeln können. Wir was haben? Planken. Planken, ja, ohne Ende. So, was bräuchten wir? Wir bräuchten zweimal Hai, einmal Pilz. Oder nee, wir nehmen eine Kartoffel, zwei Eier und einen Pilz. Was habe ich gesagt? Zwei Eier, ein Kartoffel, ein Pils. Ein Kartoffelpilz. So, hier haben wir eine Kartoschka. Mh, lecker Kartoschka. Hier waren irgendwo Eier. Ui, das waren... Wobei, weiß er was? Ich glaube, wir können auch den Dodos die Eier wegnehmen. Klar. Immer er damit. Der geht mit seinen... Ach, tu doch mal der blöde Schaf weg, Mann. Ich gieße mal hier den Boden, ne? Hm? Ach, das. Ach, das einfach. Einfach, einfach tun. Ja, ja, ich weiß. 5988. Damit du Bescheid weißt. Ist das deine Postleitzahl? Oder deine Telefonnummer? Oder die nächste Koordinate? Das ist wahrscheinlich. Warten dürft ihr. Ruft ihn an. So, ich hab mal eben noch hier so ein... Möhle getötet. Eine Möhle. Eine Möhle? Hm. Eine Möfe? Nee, eine Möhle. Eine Möhle. Alles klar. Gleich werde ich eingewiesen. Alles klar. Kleiner Affe, alles klar. Ach, schön. So, was kann ich denn hier mal wegnehmen? So, ich habe gelernt, wie man einen Biokraftstofftank baut. Und ich habe gelernt, wie man eine Machette baut. Eine Machette? Machette. Ah, gib her, diese Machette. Ja, wenn du Macheten bauen kannst. Die brauchen wir, ne? Die stark sind. Ja, ja. Die nehmen wir mit. So. Komm, das Bienennetz lege ich auch mal weg. Brauchen wir auch nicht mehr. Nö. Baupläne hatten wir hier auch irgendwo. Ne, das sind Fehler. Ne, die Baupläne sind unten vor Kopf. Als du sie jetzt noch nicht gefunden hattest. Ne, ne, alles klar, alles klar. Das sind ja auch die Rezepte. Genau. Genau. So, ich lege nochmal den Hai auf Seite. Komm, ich mache hier mal. Wieso sind denn hier Planken drin, Gorilla? Beim Essen. Ja, für das Holz. Das habe ich extra da gemacht. Seid doch nicht so schlampig. Doch. Nein. Oh, ah. Attacke, Attacke. Bin da. Eine Nase. Ich mach den platt. Ich komme nicht mehr drunter weg. Da. Hui. Was macht der absichtlich? Ich weiß, ich war gerade dabei, das Fleisch hier einzuräumen.